hey leute ich habe hier so eine minifigur von chitbrooks video ja ja auch ein bild ja hat er so eine roblox figur gemacht ich habe mir gedacht muss ich auch ausprobieren dann guckt auch gerne mal bei ihnen in dem video ich hatte jetzt nicht hier die fliesen und dann hier was also nicht alle guten lachen das hier sollte so ein gürtel sein und hier und hier dann hier kann ich ab machen eben hier und dann hier halt die zwei sachen und dann halt noch einen kopf drauf spielt ihr überhaupt schreibt gerne mal in die kommentare sieht dann so aus wenn auch die arme und hat noch mal von dieser minifigur bisschen älter den kopf genommen also ist auch nicht mehr die beste habe ich mir genommen hierfür ja es kommt dann wahrscheinlich noch und das denn und das war's auch von dem video lasst gerne ein abo da und dann tschau